Alles Operative, alle Services, Produkte, das macht die Maschine. Die wird das optimieren perfekt und wunderbar. Und was dann noch den Unterschied macht, ist eben das Zwischenmenschliche, was man eben heutzutage noch nicht so gut digitalisieren kann. Das war mein heutiger Gast Benjamin Balgetzi, Tech-Visionär und Neurowissenschaftler. Damit herzlich willkommen zum Deloitte Future Talk, dem Podcast über die wichtigsten Zukunftsthemen. Mein Name ist Michael Kramp, Research-Direktor bei Deloitte. Ich begleite euch heute durch unsere 194. Episode. In meinem Gespräch mit Benjamin werfen wir einen Blick auf den digitalen Overload, dem wir täglich ausgeliefert sind, also die ständige Überlastung durch digitale Inhalte und Technologien. Wir erfahren, wie diese unser Gehirn sowie unsere Arbeitsweise beeinflusst und was man gegen diese Belastung tun kann. Benjamin wird uns auch erklären, wie Führungskräfte den Balanceakt meistern können, technologische Innovationen wie beispielsweise künstliche Intelligenz sinnvoll zu nutzen, ohne ihre Teams und sich selbst dabei zu überfordern. Und wir diskutieren über strategisches Leadership, insbesondere über die Rolle von Dopamin, dem Botenstoff für Motivation und Belohnung im Führungsalltag und wie Unternehmen Mitarbeitenden helfen können, inmitten, der sich schnell verändert und digital handelt, resilient zu bleiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen aus unserem Aufnahmestudio in Zürich und ein besonderes Willkommen an meinen heutigen Gast, Benjamin Balgetzi. Lieber Benjamin, willkommen beim Future Talk. Herzlichen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein. Also normalerweise stelle ich ja meine Gäste in der Intro immer kurz vor, aber heute machen wir das mal anders. Und ja, kurzer Elevator-Pitch. Wer bist du und was machst du denn so in deinem beruflichen Alltag? Aber gerne auch privat. Also ich glaube grundsätzlich kann man das in zwei Worten zusammenfassen. Ich bin Tech-Nerd und liebe Menschen. Ich glaube, da hat man das meiste abgedeckt. Ganz konkret, ich habe mal ganz ursprünglich Psychologie und Neuroforschung studiert, Cognitive Sciences und alles. Habe mich da verliebt in die Art und Weise, wie Menschen denken, fühlen und handeln. Und habe mich dann aber im Rahmen meiner Forschung auch beschäftigt mit der Frage, wie man eigentlich künstliche Gehirne bauen könnte, was mich dann doch eher Richtung KI und Robotik gebracht hat und dann schlussendlich meine Karriere gestartet habe bei Amazon und Google, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe mit einer Software-AI-Firma, wo ich jetzt anderen Filmen herfhe, genauso cool zu werden wie Google, hopefully. Und bin nebenher sehr aktiv auf den Bühnen und erzähle etwas über meine Leidenschaft aus der Neuroforschung, wo Menschen Angst haben, wie man die Angst überwindet, Unterschiede von Robotik und Menschen her und so weiter. Und darum, die Frage zu beantworten, alles rund um Technologie, Menschen und deren Schnittstellen fasziniert mich sehr. Genau darum geht es in unserem heutigen Thema. Wir möchten sprechen über Führung in Zeiten der künstlichen Intelligenz, aber lass uns doch mal mit einem etwas anderen Thema beginnen, das uns aber dorthin leiten wird. Das ist das Thema Digital Overload. Also es ist so ein Phänomen, das wir heutzutage, glaube ich, oder sehr viele im privaten und im beruflichen Umfeld oft beobachten und auch kennen. Also die digitale Überlastung, ins Deutsch übersetzt, also die Situation, in der eine Person durch den ständigen Einsatz digitaler Technologie und dem Konsumieren von digitalen Inhalten überfordert wird. Wir sitzen alle stundenlange vor Computern oder Smartphones. Multitasking, ständige Informationsflut, im Schnitt sechs Stunden der Mensch pro Tag vor dem Bildschirm. Und es führt ja schon häufig auch zu Stress, Erschöpfung, Schlafmangel und anderen gesundheitlichen Beschwerden. Auch schon bei Kindern und Jugendlichen. Ich meine, du bist in der Tech-Szene ja sehr aktiv und hast auch einen guten Einblick in die Entwicklung bei vielen Unternehmen. Wie bewertest du diese Entwicklung? Bin ich dazu pessimistisch, was ich gerade beschrieben habe, was ich so sehe und beobachte? Also ich glaube, es gibt da immer so zwei Parallelen. Die eine ist halt die menschliche, die biologische, die neurowissenschaftliche, was damit im Gehirn macht. Die andere ist die wirklich auf der Geschäftsebene. Ich würde sagen, ich spreche vielleicht erst kurz über die Geschäftsebene, dann im zweiten Schritt über die Neuro. Also auf einer reinen geschäftlichen Ebene ist es natürlich schon so, dass wir immer digitalisierter werden, was einfach produktiver ist. Ich meine, man kann sich diese industriellen Revolutionen vorstellen. Wir hatten irgendwann mal Elektrizität, dann mit der Dampfmaschine erst, dann die Elektrizität. Es ging weiter, Computer kamen und jetzt kriegen wir immer bessere künstlich intelligente oder sagen wir einfach mal smarte Systeme, die die Produktivität nochmal erhöhen. Und ich glaube, da ist halt irgendwann die Gefahr da, dass wenn man halt nicht auf die Digitalisierung aufspringt, dass man halt einfach immer langsamer sein wird als andere Mitarbeitenden oder Konkurrenten, die das machen. Und schlussendlich, dadurch kommt es halt zum Digital Overload, weil wir müssen halt fast die Systeme nutzen. Ich meine, wenn man von Hand die Buchhaltung macht versus mit einem Tool, es geht einfach viel schneller. Das Gleiche, wenn man irgendwie einen Artikel schreibt oder den halt mit ChatGPT unterstützt, du bist einfach schneller. Die ganze Qualitäts- und Ethikfrage lassen wir hier ganz kurz weg. Aber ich glaube schlussendlich, das merken die Leute halt, dass wir zwangsmäßig dermassen viel am Laptop und an den Systemen dran sind, weil wir die halt brauchen, um wirklich zu performen von der Geschwindigkeit her. Wir aber gleichzeitig auf der biologischen Ebene eigentlich gar nicht gemacht sind wirklich für diese Geschwindigkeit. Und ich glaube, das ist, was die Leute merken, dass sie halt einfach ein Leben leben, das nicht wirklich biologisch ihnen angeboren ist. Aber vielleicht kurz da einzuhaken. Ich verstehe deinen Punkt bezüglich, sag ich mal, eher mal Effizienz. Ob es dann wirklich in Produktivitätswachstum sich übertragen lässt. Als Ökonom habe ich da ein bisschen meine oder sehe ich ein Fragezeichen. Aber ist nicht eher das Hauptproblem diese Informationsflut, vor allen Dingen auch durch Social Media etc., dieser eher reine Konsum und weniger die Nutzung von diesen Tools, zum Beispiel bei der Arbeit? Also ich glaube, wenn man, ich habe eben gesagt, ich spreche zuerst über das Geschäft, dann über das Gehirn. Also wenn ich über das Gehirn sprechen darf, also natürlich ist es ein Riesenproblem. Ich meine, seit der Einführung von Smartphones gab es ja eine lange Zeit diese Studie, die wieder widerlegt wurde, dann wieder bestätigt wurde. Aber grundsätzlich, dass der Mensch weniger Aufmerksamkeitsspanne hat als ein Goldfish, zum Beispiel mittlerweile. Weil uns die Herren dies dermassen trainiert haben, halt immer kürzeren Content anzuschauen. Jetzt Generation TikTok macht natürlich nochmal mehr. Und ich denke auch, besorgen das, das ist halt die extrem stark wachsende Depressionsraten, Angststörungen, der ganze ständige Vergleich. Man sagt ja immer, das Ende von allem Guten ist der Vergleich. Und ich glaube, das kommt schon mit diesen ganzen Social Media Sachen auf. Also ich glaube, so Mental Health und Technologie war im Schnitt kein Gewinn für die Menschheit. Schlussendlich aber ist es halt auch wieder so, dass, wenn du dir anschaust im Kindergarten, wenn du da deinen Kindern das Handy wegnimmst, alle anderen sind auf Instagram, dein Kind ist es nicht, dann sind sie halt nicht mehr cool und nicht mehr Teil der Sache, oder? Und ich glaube, das sind jetzt eben das eine, habe ich jetzt im Kindergarten gesprochen, im anderen über das Geschäftsleben. Das sind so zwei Beispiele, wie du halt merkst, wie die Technologien eigentlich dich überlasten, wie du abhängig wirst von ihnen, süchtig fast schon, aber wie du halt eigentlich fast nicht mehr gross rauskommst. Jetzt vielleicht, Michael, um zurückzugehen zu deiner Einstiegsfrage, was mache ich denn in meiner Freizeit so? Ich bin da vielleicht auch ein bisschen extrem. Also ich bin Montag bis Freitag bin ich Machine Learning Algorithmen am Bauen für irgendwelche Firmen oder Beraterkonzerne. Und am Freitagabend um acht geht mein Handy aus. Und erst am Montagmorgen um acht wieder an. Das ganze Wochenende lang habe ich kompletten Detox. Ich nutze kein Laptop, kein Handy, kein Netflix, kein iPad, gar nichts. Und gehe wandern, Bergrennen und so weiter. Und das mache ich halt, um meinem Gehirn wieder etwas Ruhe zu geben, nachdem es die ganze Zeit künstlich stimuliert wurde. Schussendlich ist da ja Dopamin im Spiel. Dopamin ist der Neurotransmitter im Gehirn, der aktiv wird, wenn wir Sachen sehen, die wir mögen. Das Problem ist halt nur, das hat in der Evolution immer super geklappt, zum Beispiel Pflaumen geben Zucker, also essen wir sie, weil wir lange die Stanzen laufen müssen, macht absolut Sinn. In der heutigen Zeit haben wir diese Freude ab Zucker immer noch, aber laufen nicht mehr so viel wie früher in der alten Welt und darum haben wir ein Übergewichtsproblem in der Welt. Das gleiche mit Smartphones und mit Social Media, mit all dem. Wir hatten in der Evolution gelernt, dass Gerüchte, also wirklich, wenn man ein bisschen lästert übereinander oder Geschichten hört, dass das unglaublich hilft, um zu wissen, wem man vertrauen kann, wo man durch soll, hey, da vorne ist eine Falle und so weiter. Das war unglaublich wichtig für uns, schnell Informationen zu kriegen. Jetzt heute, genau dieser Mechanismus des Gehirns wird eben ausgenutzt von diesen Social Media Tools, um dich züchtiger danach zu machen, oder? Und schlussendlich ist das alles eine Dopaminfrage. Und das ganz Spannende ist halt, wenn man sich die Glücksstudien anschaut, ist es eigentlich immer so, dass die Menschen am glücklichsten sind, die ihre Dopaminstösse unter Kontrolle haben und ihnen nicht passiv ausgesetzt sind. Und das ist zum Beispiel so ein dummes Beispiel, wieso ich meinen Tag am Morgen immer mit einem Workout starte, dass ich meine erste Dopaminquelle nicht aus dem Zucker oder aus dem Social Media kriege, sondern aus einer anstrengenden Tätigkeit. Wieso ich kalte Duschen mache, weil Studien zeigen, dass die halt helfen, den Dopaminspiegel zu regulieren. Und wieso ich halt wirklich konsequent um 8 Uhr abends mein Handy ausmache und am Wochenende das Ding gar nicht anfasse. Und deswegen also, rein auf einer menschlichen Ebene gesprochen, bin ich ein Riesenfan von Technologie, aber man muss sie beherrschen und nicht sie sich dich beherrschen lassen, weil ja, sonst geschieht dir, was allen heute geschieht. Und du bist einfach nur noch deinem Handy, dem nächsten Like, dem nächsten E-Mail am Nachrennen, aber lebst eigentlich dazwischen gar nicht mehr richtig. Lass uns auf die Tipps und Tricks kommen, wir später auch nochmal im Detail zu sprechen, gerade fürs Privatleben, weil es war auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil du, wie du schon einige jetzt verraten hast, da ein paar gute Sachen an der Hand hast, die viele Leute, glaube ich, umsetzen sollten. Lass uns kurz nochmal in dieser Berufswelt sein, weil jetzt haben wir ja seit zweieinhalb Jahren dann auch noch das Thema KI omnipresent. Ich meine, gab es vorher natürlich auch schon, für die Experten sowieso, aber jetzt ist es natürlich in den Medien, jeder spürt es in jeder Firma, jede Firma überlegt sich, wo kann sie jetzt mit KI noch was einsetzen. Das heißt, das steigert ja eigentlich noch die Belastung der Mitarbeiter. Also es gibt den Digitalen Overload, ich sitze sowieso viel vom Bildschirm, konsumiere viel. Und jetzt kommen auch noch diese KI-Tools, die bei vielen dann auch noch die Angst erzeugen, hoppla, mein Job wird obsolet oder meine Tätigkeit, muss ich mich damit beschäftigen oder nicht. Also die Kombination ist ein gefährlicher Mix. Wie siehst du so die Anpassungsfähigkeit des Menschen an diese Situation? Also ich glaube schlussendlich, also du hast sehr viele Punkte gerade aufgebracht, die unglaublich wichtig sind. Das ist zum einen ja, ich glaube seit 2020, also da war Covid, da war die ganze Energiekrise danach, jetzt kommt noch KI, werden die Leute immer unruhiger, auch wenn du Umfragen machst, gerade auch im deutschsprachigen Raum, die Leute fühlen sich immer weniger in Kontrolle über die Zukunft. Und ich glaube schon, dass diese Geschwindigkeit, die uns die KI ermöglicht jetzt, neue Sachen zu bauen, ein grosses Stück dazu beiträgt, dass Leute sich zum Teil abgesetzt fühlen von der Welt. Also die sehen die Welle kommen und haben das Gefühl, ach, verflucht, ich kann nicht surfen. Also die haben ein bisschen Sorge davon. Was ich wegen Anpassungsfähigkeit sagen kann, wir haben sehr plastische Gehirne. Plastische Gehirne, die passen sich gerne auch an, in beide Richtungen. Es ist nur leider so, dass die Sachen, die Disziplin erfordern, immer ein bisschen schwerer anzupassen sind, als die einfachen. Also eben, es ist einfacher, eine Zigaretten-Sucht aufzuhören, als sie, also zu kriegen, als sie aufzuhören. Und das Gleiche ist ein bisschen mit der Angst. Das ist immer einfacher, eine Angst zu entwickeln, als sie abzulegen. Aber schlussendlich, wir kommen wieder zurück zum Dopamin und zu den Gewohnheiten. Schlussendlich, wenn man es zu einer Gewohnheit macht, dass man sich proaktiv mit dem Wandel auseinandersetzt, mit den neuen KI-Tools, versteht, was da geschieht, versteht, was da wirklich dran ist, was vielleicht ein Hype ist, was wirklich jetzt schon Praxis ist, dann kriegt man ein Gefühl der Kontrolle. Und das sollte man nicht psychologisch unterschätzen. Also in der Psychotherapie findet man, wenn Leute Angst vor Spinnen haben und sich eine Spinne auf die Schulter setzen, dann explodiert dann die Amygdala, das Angstzentrum des Gehirns fast. Aber wenn man das wieder und wieder macht, in kleinen Dosen, irgendwann hört die Amygdala auf zu funktionieren. Also negativ. Und das heißt, dass der Mensch Furcht überwindet, indem er sich ihr stellt. Und das auf einer biologischen Ebene. Und wenn man das ernst nimmt, dann merkt man auch, dass wenn man seine Mitarbeitenden und sich selbst aktiv immer wieder kleinen Dosen aussetzt, an neuem Wissen, an neuen Zugängen zu Wandel, sei es jetzt KI, sei es ein anderer Trend, dann werden die Menschen immer mehr Angst vor dieser Spinne verlieren, weil sie eben daran glauben, dass sie einen Platz in der Welt haben. Weil schlussendlich jede Angst, die Angst vorm Runterfallen, die Angst vorm Verlassen werden, jede Angst ist psychologisch ein Gefühl, dass man selbst nicht gut genug ist oder nicht genügt, um diese Gefahr zu überwinden. Wenn ich Angst vor der Höhe habe, habe ich Angst, dass ich nicht fliegen kann oder mich nicht halten kann. Und die gleiche, die Angst vor der KI ist schlussendlich oder auch der Skeptizismus übrigens, der sich oft, der oft die Angst dann ein bisschen so überdeckt und sie überspielt. Das sind halt oft Reaktionen, dass man selbst das Gefühl hat, ich komme nicht mehr mit mit der Geschwindigkeit und in dieser Zukunft. Und ich glaube, um das zusammenzufassen, was wir bisher besprochen haben, zum einen merkt der Mensch mehr und mehr, dass wir biologisch nicht gemacht sind, um die ganze Zeit online zu sein. Wir sind es aber aus Geschäftsgründen oder eben dann auch im Privatleben, Social Media und so weiter. Und diese Distanz von unserer Natur und dem, was wir machen, diesen Konflikt, den spüren wir auf einer emotionalen Ebene. Und gleichzeitig kommt jetzt noch eine Welt dazu, die immer weiter von Black Swans disrupted wird, sich immer schneller und schneller bewegt und entsprechend uns auch Angst macht, dass wir überflüssig in ihr werden. Ich meine, wenn du dir anschaust, die KI, 1956 als Begriff aufgekommen, ist ja schon etwas, dass man seit 70 Jahren am Erträumen ist. Aber in den 90ern hattest du den großen Gewinn gegen Kasparov von IBMs KI und dann hat man da den Kompromiss gemacht, ja okay, die Maschinen können rechnen, die können Excel-Sheets und so weiter, Mathe, aber wir Menschen haben Kreativität und Empathie. Ja, Pustekuchen, also JetGPT schreibt zum Schall schönere Geschichte, Gedicht, als ich das könnte und Mid Journey zeichnet auf jeden Fall schönere Bilder, als ich das je fertig bringen würde. Und das merken wir auch heute jetzt, dass eben diese künstlichen Intelligenzen in Bereiche vortreten, die wir als sehr menschlich immer angeschaut haben und ich glaube, da kommt schon bei gewissen Leuten jetzt auch diese Furcht auf, ja habe ich denn in dieser Zukunft überhaupt noch einen Platz? Und meine Antwort wäre, mach die Spinne nicht grösser, als sie wirklich ist und verstehe, was hier genau am Geschehen ist, verstehe, was da draussen vorgeht und bilde dich, bilde dich immer weiter, mach einen Business Trip in Silicon Valley, schau dir an, was dort kommt, schau dir an, was aus China kommt, behalte dich auf dem Laufenden, hör coole Podcasts, hör coole Keynotes, lies Bücher, weil immer, wenn man sich mit etwas auseinandersetzt und eben Schritt für Schritt merkt, dass die Spinne gar nicht so gefährlich ist, wie man dachte, dann wird die Angst kleiner und kleiner und ich glaube, dass eine der grössten Führungstätigkeiten der Zukunft zwei Begriffe sind, die ich auch in meinem neuen Buch, das jetzt dann im Januar erscheint, präge, das eine ist Dopaminerges Führen, also ein Führen der Mitarbeitenden im Bewusstsein, wie die eigene Führung deren Dopaminlevel beeinflusst, zum Beispiel, indem man kleine, wiederkehrende Erfolge schafft, weil das Dopamin besser unterstützt, als große Projekte auf einen Schlag anzugehen und das andere ist wirklich, dass ich dieses Spinnendenken eigentlich propagieren möchte, dass eben die Menschen schlussendlich, auch die Führungskräfte, verstehen, dass diese unbewusste Angst in der Firma vorhanden ist und entsprechend auch strukturierte Programme bieten, dass Menschen mehr und mehr als Mitarbeiter mehr und mehr lernen können, was denn eigentlich Fakt ist in dieser Zukunft, was denn eigentlich da auf uns zukommt und die Gewissheit kriegen, dass man eine klare Richtfahrt hat, wo es durchgeht, weil jeder Sturm wird weniger gefährlich, wenn der Käpt'n dir sagt, so hey, ich habe es im Griff, ich weiß genau, wie ich da durchkomme und das ist halt wirklich eine Führungsaufgabe der Zukunft, dass man nicht nur fachlich, sondern auch psychologisch führt, gerade in einer Welt, die eben immer unsicherer wird. Bevor wir noch stärker in das Thema Führung für die Einzelpersonen einsteigen, wie musst du denn, also was können Unternehmen dann deiner Meinung nach tun, um diesen Balanceakt auch zu meistern? Also einerseits die technologische Innovation zu nutzen, ohne die Belegschaft zu überfordern, zu verunsichern, aber auch gleichzeitig gut zu führen, zu den Einzelpersonen, wie sie führen, du hast ja schon einiges ausformuliert, kommen wir gleich noch, wie geht man auf Unternehmensebene generell damit um am besten? Also ich glaube, eine der wichtigsten Schritte sicher, eines ist, dass man die IT nicht mehr als so etwas anschaut, was irgendjemand macht, sondern IT sollte immer Chefsache werden, also Chefin-Chefin-Sache, weil traditionell, und ich kann das sagen, also jemand aus der Tech-Branche kommt, hat man ja die IT immer gesehen als so die lustigen Nerds im Keller, die World of Warcraft am Laptop spielen und jetzt leben halt in einer... Immer am besten Outsourced oder so? Genau, am besten Outsourced und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass die IT, das Rückgrat der Zukunft jeder Firma ist, also wenn du deine IT nicht in den Griff kriegst, kannst du die Firma schliessen und von dem her... Also egal, wie gut die Leute sind, die mit der Technologie umgehen natürlich, aber wenn die IT... Also wenn halt deine... Das Problem ist halt eben diese Produktivitätsfaktor, die ich angesprochen habe, wenn halt ein KI-Algorithmus eine Aufgabe 50 oder 100 Mal besser macht als ein Mensch, dann kannst du noch so viel gute Mitarbeitenden haben, dann wird es halt schwer, das aufzuholen, wenn man technologisch nicht ready ist. Klassenmitarbeitende immer noch wichtig, klar ist Talent und Qualität sind absolut etwas Zentrales, aber schlussendlich, wenn du halt diese unglaubliche Produktivitätsbeschleunigung auf der technologischen Seite hast als Gegenspieler, wird es halt einfach immer mehr ein unfair advantage, comparative advantage, den deine Konkurrenz gegenüber dich hat, oder? Und ich glaube so, also IT muss ernst genommen werden und die Qualität der Softwarelösungen. Auch etwas, was ich in meinen Mandaten oft sehe, ist, dass ich irgendwo reinkomme und das Ingenieur-Team anschaue und irgendjemand ein Java oder Web-Entwickler ist und der jetzt plötzlich KI machen soll. Das ist wie wenn du zum Sales-Mensch in deiner Firma gehst und sagst, hey, du kannst doch gut mit Zahlen umgehen, also machst du von jetzt dann Buchhaltung bei uns und Treuhänder. Also das geht halt nicht ganz auf und das sehe ich sehr, sehr oft, also bei wirklich auch namhaften Firmen, dass das momentan so ein bisschen der Trend ist, einfach die bestehende IT zu recyceln, statt dass man sich wirklich darauf fokussiert, Top-Software-Ingenieure für die bestimmten Probleme anzustellen, die man haben will. Dann wären wir auch schon beim zweiten Punkt. Ganz kurz mal, sicher, gerne, gerne, gerne. Mangel des Verständnis, glaubst du, vom Leadership, was IT eigentlich ist und machen soll? Ja, ich glaube, das ist ein Mangel des Verständnis davon, dass es eben, wie wichtig es geworden ist, die richtigen Architekturen, die richtigen Software in der Firma zu haben, aber die halt auch auf einen bestimmten Use-Case auszurichten. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist einfach irgendwelche AI-Tools in deiner Firma zu bauen, weil du das Gefühl hast, dann bist du nachher cool und modern, ohne einen klaren Use-Case dafür zu haben. Also schlussendlich, du brauchst einen sehr klaren Business-Use-Case. Der beste Business-Use-Case übrigens finde ich, dass deine Mitarbeitenden mal fragst, welche Sachen regeln euch richtig auf in eurem Job und wo verschwendet ihr richtig viel Zeit und wenn du dann plötzlich übers Band hinweg hörst, dass irgendwie, sage ich mal, 800 Stunden pro Woche in deiner Firma über die Mitarbeitenden hinweg verschwendet werden bei deinem bestimmten Prozess und du den automatisierst, machst du halt 800 Stunden Produktivität frei für die anderen Leute, um da etwas Gutes mit der Zeit zu machen, sei es innovativ denken, sei es besserer Kundenservice und so weiter. Deswegen übrigens auch, da habe ich einen anderen Podcast zur Finanzbranche und deren Zukunft gehabt, wo ich ganz klar gesagt habe, die Finanzbranche Zukunft wird sich über Kundenservice definieren, weil alles Operative, alle Services, Produkte, das macht die Maschine, die wird das optimieren, perfekt und wunderbar und was dann noch den Unterschied macht, ist eben das Zwischenmenschliche, was man eben heutzutage noch nicht so gut digitalisieren kann. Gut und wie jetzt muss ich, ganz leichte Abschweifung, muss ich machen jetzt beim Thema Kundenservice, mein Lieblingsthema, gucken wir doch mal auf die Schweiz und Deutschland, wo wir sehr häufig gehört werden, Servicekultur wäre aber nicht schlecht, wenn wir die zugrunde liegend hätten, oder? Ja, absolut. Die haben wir ja nicht unbedingt in unseren beiden Ländern. Und da die Leute wirklich dorthin zu bekommen, zu trainieren, serviceorientiert zu denken, weil eben das der Bereich ist, wo ich mich dann noch unterscheiden kann von der Konkurrenz, weil alles andere ähnlich wird durch Technologie, ist dann fundamental wichtig. Absolut, ja. Also das Statement hätte ich, würde ich ohne Anpassung unterschreiben, ja. Genau. Also das wird schlussendlich, egal ob du in der Beratung tätig bist, im Service, egal was, schlussendlich, um was es gehen wird, ist, wie gut du Vertrauen gewinnen kannst, weil eben, das habe ich auch vorher versucht anzusprechen, wir leben im neuen Zeitalter, in einer zweiten Renaissance, wo crazy Sachen möglich werden. Also das glaube ich wirklich von Herzen daran. Wir leben in einer Zeit, in der Science-Fiction-Bücher nicht mehr einfach Geschichten sind, sondern Hypothesen, was morgen schon Realität werden könnte. Ich meine, Elon Musk ist jetzt am Hirnchips einpflanzen in Menschen, damit die Computer- und Roboterbeine kontrollieren können, einfach nur mit ihren Gedanken, weil das Gehirn ist Elektrizität, Technologie ist es auch, wenn du einen Chip hinkriegst, der die beiden Technologien aus der Elektrizität verlinkt, dann geht das theoretisch auf. Also neurowissenschaftlich gesehen funktioniert das. Die Frage ist, wie lange wir noch haben, bis es klappt, aber das sollte funktionieren. Das gleiche mit der Raumfahrt. Wenn wir jetzt KI-Lösungen haben, die plötzlich besser berechnen können, wie man so eine Rakete richtig zusammensetzen sollte, kommen wir vielleicht auf den Mars. Und da glaube ich eben auch wirklich dran, dass KI ein unglaubliches Geschenk für die Welt ist. Ich meine Krebs zum Beispiel. Krebs ist etwas, was wir als Menschheit seit zweieinhalb tausend Jahren nicht Gehalt gekriegt haben, aber wir haben vielleicht auch noch nicht ganz verstanden, was Krebs eigentlich ist. Wenn du da ein Machine Learning Modell draufsetzt, das wirklich durchrechnen kann, wie Krebs genau entsteht, was genau passiert, vielleicht erstellt es Medizin. Ich meine momentan, was ein extrem grosser Boom ist, ist in der Pharma-Branche, aber auch in der Chemie-Branche, dass man KI neue Kombinationen von Molekülen herausfinden lässt. Dass man die KI fragt, hey bitte, brich alle Gesetze, die wir Wissenschaftler nutzen und finde heraus, was man sonst noch tun könnte. Und das entstehen die ersten KI-generierten Medikamente. Und wenn dann plötzlich eine Pille auf dem Markt ist, die dir Krebs heilt, dann braucht jemand schon eine sehr gute Argumentation, um ihr zu sagen, dass KI nicht ein Geschenk für die Welt ist, trotz all der Gefahren, die sie birgt. Ja, also gestern als Bereich sehe ich genauso wie du extrem viel Potenzial. Anderer Bereich, wo ich auch sehe, sehr viel Potenzial sehe, ist Bildung. Wie siehst du das? Absolut. Also ich glaube, Bildung, da hast du auch ein Forum nach. Die Gefahr ist, dass die Leute so viel immer mit JetGPT und anderen LLMs machen, dass sie das kritische Denken selbst verlieren. Das ist wirklich eine Gefahr. Wahrscheinlich eine Art Gefahr. Das ist jetzt die neue Generation. Denke jetzt an meine Kinder. Ich meine, ich mit einer sehr stark schreibenden Tätigkeit. Ich kann gut beurteilen und muss es auch beurteilen können, ob der Output von JetGPT gut und korrekt ist. und ich muss wissen, wie schreibt man einen guten Artikel. Aber das muss ich natürlich erst mal erlernen. Das heißt, die jetzige jüngere Generation, die das unter Umständen nicht mehr erlernt, weil sie alles nur noch aus JetGPT holt, wird ein Problem haben. Ich denke schon. Entweder kannst du darauf hoffen, dass die nächsten Technologien so gut werden, dass die halt einfach eben so gut schreiben. Kinder gar nicht mehr denken müssen. Wollen wir das? Nein, 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 ich bin, nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich glaube nur, also was ich schlussendlich dran glaube, ist, dass wir Menschen delegieren ja immer mehr ab an die Maschine. Ich meine, also früher mussten wir noch irgendwie den Ofen warm machen und Wasser holen gehen draussen. Heute haben wir einen Hahnen im Haus und einen Heizungsknopf, oder? Also einen Schalter. Von dem her, wir delegieren Arbeit ab an die Maschine, um uns auf anderes zu fokussieren. Die Computer ja auch wieder. Ich muss nicht mehr irgendwie hunderttausend Ordner irgendwo haben, ich habe ein Excel-File dafür und so weiter. Das heisst, wir delegieren immer mehr Arbeit ab an Maschinen und uns selbst Zeit zurückzugeben und die zu nutzen. Entsprechend kann es ja gut sein, dass in der Zukunft einfach beschlossen wird als Gesellschaft, dass selber Texte schreiben ein Waste of Time ist. Und dann macht es halt einfach nur noch GPT und die Kinder werden damit dieser Zeit anderes machen, was sie ja sinnvoll erachten. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, was sinnvoll ist und was nicht, ich glaube, das einzige Maßstab, das ich als Psychologe akzeptiere, ist, dass es den Menschen gut dabei geht. Wenn ich mir die momentanen Depressionsraten bei den neuen Generationen anschaue, wäre das eher ein Argument dafür, dass da etwas nicht ganz so gut läuft. Frage hat, ob das eine Anpassungskurve ist. Also ich glaube schlussendlich, was schlussendlich definieren sollte, ob eine Technologie ein Erfolg war oder nicht, ist, ob es Menschen geholfen hat, besser zu leben, Menschen oder Tieren. Da bin ich immer gerne auf beiden Ebenen unterwegs. Und schlussendlich, wenn wir sehen, dass die Technologien schlussendlich den Nutzern einen Mehrwert bieten und deren Leben besser machen, dann war es ein Erfolg. Die Frage ist natürlich dann eben diese Dopaminüberflutung, die wir ja derzeit haben. Das Problem ist halt, wenn du immer wieder diese Dopaminkicks kriegst, wird es immer schwerer, auf das gleiche Niveau zu kommen. Was heißt, du bist weniger glücklich? Wenn du halt immer mehr online das perfekte Leben auf Instagram siehst von anderen Leuten, wirst du dein eigenes Leben weniger mögen, weil es halt nicht das Bild ist, was du im Kopf hast. Das gleiche gilt für Beziehungen, für deinen Job, für deine Karriere. Du vergleichst immer und dadurch kommst du halt nie wieder wirklich in diese Selbstliebe rein, weil du halt die ganze Zeit nur am Streben bist nach Neuem. Und das gleiche, wenn du halt den Morgen gleich startest mit Zucker, Kaffee und noch Social Media, ist dein Gehirn voller so viel Unnützem Dopamin, dass du den ganzen Tag nicht mehr happy wirst. Ganz sicher nicht, weil du eben nicht mehr den gleichen Kick kriegst wie am Morgen. Und das ist eben genau, was ich am Anfang gesagt habe, wieso ich eben meine Morgen dermassen traurig starte im Sinne von, ich gehe in den Gym, ich mache kalte Duschen, ich esse nichts bis um elf, weil ich halt einfach meinen Körper ja nicht verlocken will mit einfachem Dopamin, dass er dann den ganzen Tag mehr und mehr will. Und das ist genauso diese Suchtbekämpfung eigentlich. Also ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, wie süchtig wir geworden sind nach Zucker, nach Informationen, nach Social Media. Und um deine zwei, ich habe in unserem Gespräch noch zwei offene Dinge, ich mache die kurz fertig. Die Bildung, also ich glaube, ein Riesenvorteil, den ich sehe, du merkst, ich mache im Kopf so mentale Notizen, wo wir noch offene Punkte hatten. Die Bildung zum Beispiel, das ist sicher, wo ich glaube, so personalisierte Bildung, das könnte eine riesige Chance haben, dass halt jeder, jede Schülerin, jeder Schüler hat ihren eigenen Lehrer oder Lehrerinnen, also so eine KI, die auf sie zugeschnitten wird und halt wirklich lernt, wo sie ihre Schwächen haben, zum Beispiel Dyslexia oder Asperger-Spektrum oder einfach ADHS und dann den Kindern wirklich ein zugeschnittenes Top-Top-Level Training bieten kann, das für sie passt. Natürlich braucht es noch eine soziale Komponente. Natürlich ist es wichtig, dass Kinder auch in die Schule gehen, nur schon, weil sie dann Freunde finden oder eben auch Feinde und dadurch ein bisschen diese Sozialkompetenz entwickeln. Aber ich glaube, rein vom Unterrichtsmaterial, so eine Hybridlösung zwischen Mensch- und Maschinenstunden könnte schon klappen, weil zum Teil sind ja Lehrerinnen und Lehrer auch komplett überfordert, wenn ihre Kinder in der Schule verschiedenste Persönlichkeitsprofile haben, die vielleicht nicht zu dem passen, was sie normalerweise gewohnt sind und dann plötzlich kriegen die Kinder halt nicht die Art von Bildung und Zuneigung, die sie gebraucht hätten. Da kann es sonst sein, dass eine Maschine das besser kann. Und wahrscheinlich nicht nur Anpassung an unterschiedliche Persönlichkeitsprofile, sondern auch Lerntempo etc. Lerntempo, ja. Kinder im Alter von 12 sind ein bisschen weiter, andere noch ein bisschen zurück. Genau. Aber alle werden in die gleiche Klasse gesteckt und sollen im gleichen Tempo vorangehen. Das könnte man wahrscheinlich auch individueller gestehen. Das und Empathie sogar. Du kennst sie vielleicht die Ärztestudien, wo Patienten, die von KIs, also man wusste nicht, ob es eine KI ist oder ein Mensch, und die Patienten, die von KIs behandelt wurden, haben die KI systematisch als empathischer, netter und höflicher bewertet als die menschlichen Ärztinnen und Ärzte. Was natürlich absolut Sinn macht. Ein Fachpersonal, das hat daheim Stress, das hat eine Ehenkrise, das hat mal einen schlechten Schlaf gehabt, die haben Kopfweh oder und so weiter. Eine Maschine hat das nicht, die ist immer ready, 100% zu geben und voll zu liefern. Und entsprechend auch eben, was ich vorher gesagt hatte mit diesem, dass die Maschinen immer mehr so menschliche Bereiche abdecken, Kreativität, Empathie, ich glaube, das merken wir langsam, dass eben die Maschinen diese sehr, sehr menschlich, allzu menschlichen Bereiche, wie es Nietzsche sagen würde, vordringen. Um jetzt den Bogen wieder zum Unternehmen zu spannen, brauchen wir dann auch Führungskräfte mit emotionaler KI? Ja, wunderbar. Ich liebe, gute Frage. Ich wollte noch den zweiten Notiz fertig machen in meinem Gedanken, Palast. Da hatte ich, also wir hatten ja vorhin gesagt, ich habe gesagt, ich habe zwei grosse Tipps. Der eine Tipp eben, haben wir vorher besprochen oder der zweite grosse Tipp ist natürlich, wo ich glaube, wir sollten Innovation leben als Firma, egal was wir sind. Und Innovation leben heisst, da kommt jetzt die Führung rein, dass wir Ideen zählen lassen in der Firma, egal von wem sie denn kommen. Das heisst, wenn die Praktikantin, der Praktikant eine super coole Idee hat, was man technologisch denn noch in der Firma ändern könnte, welche Prozesse man anders gestalten könnte, welche gesamten neuen Businessmodelle man zum Beispiel antreten könnte, dann sollten wir das ernst nehmen. Es sollten Ideen zählen und nicht die Ränge von Menschen. Also wenn du mich fragst, ob es Führung noch braucht, weniger. Also ich denke, eine psychologische Führung hast du auch vorhin. Psychologische, genau. Eine psychologische Führung, ja, aber... Werte können das, frage ich mich dann. Also ich glaube, also was ich jetzt auch siehst zum Beispiel, also so sehr viele grosse Tech-Konzerne wie meine alten Freunde bei Google, die sind momentan, wenn sie die Entlassungswellen machen, vor allem auch Management abbauen. Also die sind, die merken, dass die Welt der Zukunft viel mehr durch Ownership geführt wird, wo halt Individuen Ideen einbringen, Verantwortung übernehmen für die und die durchpushen und dann hast du schon noch ein paar Managerinnen und Manager, die da drauf schauen, aber grundsätzlich ist es schon so die Idee, dass in der Zukunft, wo doch so viel Unsicherheit herrscht, wo wir Innovation, Agilität brauchen, du kannst nicht mehr einen Menschen in der Führung haben, der das alles überwachen muss. Die müssen Verantwortung abdelegieren an die Menschen, die an der Front stehen und da sehe ich schon, dass die Führungsebene schlanker und schlanker werden wird der Zukunft, weil du halt erstens vieles mit Maschinen automatisieren kannst, zweitens mehr und mehr so technisches Know-how brauchst, was vielleicht Führungskräfte nicht haben und dann schlussendlich hast du zu viele Manager, die die Leute managen, die die eigentliche Arbeit verrichten. Also ich glaube schon, dass in der Zukunft doch weniger Manager nötig sein werden als heute. Absolut. Das denke ich sicherlich. Und gleichzeitig aber auch die Manager und Managerinnen, die in der Führung sind, die müssen schauen, dass sie technologisch nicht abgehängt werden, weil es ist immer schwer, jemanden zu führen, wo du keine Ahnung hast, was die eigentlich am Tun sind gerade und die gleichzeitig aber die Hauptfunktion haben und da glaube ich dran, Zuversicht zu schüren, Tag ein, Tag aus, dass man in der Welt von morgen als Unternehmen noch Erfolg haben wird. Weil ich meine, bei Leuten kommen immer die Fragen auf, ja hey, gibt es meinen Job morgen noch? Gibt es diese Firma morgen noch? Kommt eine Startup aus Amerika und disruptet uns? Und da diese Zuversicht zu geben, hey ja, wir sind zukunftsnah, wir wissen nicht, was kommt, aber das sind die Hypothesen, wir arbeiten an dem und dem, klare Roadmap, wir schaffen das. Zurück zum Bild vom Kapitän, den ich erwähnt hatte. Solange du als Führungskraft diese Zuversicht gibst, dass man weiterkommt, hast deinen Job gemacht und eben noch dieses Dopaminärgeführen, was ich angesprochen hatte. Und ich glaube eben auch dieser Tipp, den ich hier habe für die Unternehmen ist, dass sie ein Innovationszentrum in den Firmen aufrichten. Also das kann ein Think Tank sein, das kann so ein Venture Lab sein, und man verschiedenste AI-Tools oder Produkte ausprobiert, aber einfach sich der Innovation stellen. Wir denken zurück an die Spinne, wenn man sich der Zukunft stellt, dann macht es plötzlich Freude, wenn man da immer wieder daran arbeiten kann. Und ich glaube schon, dass gute Führungskräfte der Zukunft auch ihren Mitarbeitenden die Chance geben, zu experimentieren und auch Fehler zu machen, weil aus Fehlern lernt man sehr, sehr schnell. Also ich meine, Google-Slogan ist Fail Fast, oder? Weil du weisst nicht, was passiert, du hast eine Annahme, du versuchst, es geht schief, okay, du lernst und stehst wieder auf. Und ich glaube, dieses Denken könnten wir im deutschsprachigen Raum noch viel, viel mehr gebrauchen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, abgesehen von ökonomischen Faktoren, ist das der Hauptgrund, wieso Amerika so viel stärker performt als Europa, weil sie einfach diese Fail Fast Kultur haben, wo Leute Fehler machen und man sie nicht bestraft dafür, sondern zusammen überlegt, woher kamen da Fehler, lasst uns daraus lernen und ein neues Produkt bauen. Also ich spreche jetzt vor allem über die Tech-Firmen, ich kenne den Rest der USA eigentlich nicht so gut wie die Silicon Valley. Die Fehlerkultur, die schon eine andere ist, gebe ich dir recht und das mit den internen Labs kann ich auch noch bestätigen, wir haben das auch schon seit einigen Jahren hier nur Positives zu berichten. Meine letzte Frage, aber du hast ja schon einige Tipps gegeben, nochmal Tipps für die einzelnen Leute, wie sie in den Zeiten der schnellen Wandels, Digital Overload, KI jetzt am besten damit umgehen, wir haben schon gehört, früh aufstehen, nicht gleich aufs Handy gucken, kalt duschen, Sport, Workout machen, was sind denn noch so Sachen, du hast gesagt, einige Firmen machen das jetzt auch schon, keine E-Mails mehr am Wochenende, du machst das mit Selbstdisziplin, Freitag ab 20 Uhr, noch drei, vier andere Sachen, die du uns mitgeben kannst. Ich glaube, sich aktiv weiterbilden, also Bildung nicht als etwas sehen, was man einfach kriegt passiv, indem man ab und zu mal Zeitung liest, sondern wirklich aktiv sich mit Fragen beschäftigen und neugierig sein, ich glaube, dann macht das Leben richtig Spaß, wenn man neugierig ist, weil durch die Neugier fängst du halt auch zu denken, was alles noch möglich wäre und dann hast du plötzlich richtig Lust auf diese ganze Geschwindigkeit hier in der Welt geschieht, weil es einfach dir mehr und mehr zu lernen gibt. Also ich glaube, diese Lernfreude ist etwas sehr, sehr Wichtiges, für die ich auch sehr dankbar bin. Ich glaube, ein zweites, was noch super wichtig ist, ist auch wirklich, dass man sich selbst auch ab und zu nicht so ernst nimmt, also im Sinne von, auch wenn die Welt so sich super schnell verändert, irgendwie wird man schon einen Weg finden, also dieses Selbstvertrauen haben, aber auch irgendwo durch bin ich ja auch nicht, also es ist ja nicht so wichtig jetzt, ob ich das grosse Geschehen der Welt durchblicke, solange ich meinen Job, meine Family und irgendwie meine Ambitionen in der Welt habe, sei das jetzt ein privater Traum, sei das jetzt etwas für die Gesellschaft, einfach Schritt für Schritt voranbringen. Also ich glaube dieses, ich muss alles über Nacht lernen und zum grossen Superstar werden, ich glaube das sollte nicht das Denken sein, man sollte sagen so, hey, was möchte ich im Leben eigentlich erreichen und wie viel davon verändert sich gerade wegen KI und so weiter und wie schliesse ich diese Gap und eben das ist wirklich so mein grosser Appell, die Spinne wird kleiner, je näher man sich ihr begibt und je öfter man einfach Step by Step ganz einfach vorwärts geht. Also wenn du mich jetzt so fragst, zusammengefasst, Top 3 Advises, achte auf deinen Dopamin, ich glaube das ist ein sehr, sehr wichtiger, was das mit deinem Geist macht und wie es dich zu Denkweisen führt, die du nicht haben willst. Nummer 2, bleib neugierig, freu dich auf die Zukunft, sieh auch die guten Chancen dahinter und Nummer 3 schlussendlich und das ist schon fast einer meiner, also allerwichtigsten, ist einfach auch dieses, diese Fehlerkultur und das grosse Denken, also einfach zu verstehen, dass wir in der Welt leben, die dermassen von Geschwindigkeit, Experimental Natur geprägt ist, dass Fehler halt einfach immer öfter und öfter passieren werden und dass man sich selbst auch nicht zu sehr, sich nicht zu streng mit sich selbst ist, wenn man was schief geht, sondern auch versteht, aha okay, das ist halt die neue Welt, wo wir leben, das ist eine Fehlerwelt und dann ist das einfach so, wieder aufstehen, weitermachen und irgendwann kommt es dann sicherlich gut. Wunderbar, lieber Benjamin, vielen Dank für das tolle Gespräch, unsere Zuhörer können weitere Informationen zu dir in den Shownotes nachlesen, auch deine Social Media Kanäle, da sind wir jetzt dann natürlich nicht zu strikt, dann kann man dann schon noch ein bisschen Social Media konsumieren und deine anderen Inhalte, wann dein neues Buch kommt etc., ich wünsche dir viel Erfolg, beruflich, aber auch im privaten Leben, vielen Dank. Vielen Dank Michael und ein letzter Satz, wenn ihr erlaubt ist, mein Social Media wird von der Agentur gemanagt, nicht von mir selbst, also ich habe keine Ahnung, was da drauf ist und was da geschieht. Oh, weißt du auch nicht, aber wir müssen konsumieren damit. Genau, das machen wir, danke ich dir. Vielen Dank euch, Dankeschön. Vielen Dank für euer Interesse und dass ihr beim heutigen Future Talk dabei wart. Hat euch die Episode gefallen? Dann zeigt uns doch eure Begeisterung mit einer 5-Sterne-Bewertung und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, vergesst nicht unseren Podcast zu abonnieren, so verpasst ihr keine Episode mehr. Und habt ihr Feedback, Fragen oder einfach Lust auf einen Austausch, dann freue ich mich natürlich riesig über eure persönliche Nachricht. Am besten erreicht ihr mich über mein LinkedIn-Profil und ich freue mich schon drauf, euch beim nächsten Mal wieder bei uns begrüßen zu können. Bis dahin, genießt euren Tag und habt eine erfolgreiche Woche. Bis dann, und staff